Der kluge Igel Den Igel, welcher Pflaumen spießt und sie als dann in seinem Nest als leckere Winterkost genießt, hält Onkel Burmanns Bild hier fest. Der Igel wälzt sich um und um mit innerlichem Wohlgebrumm, bis er mit Pflaumen ganz beschwert nach seiner Höhle heimwärts kehrt. Dort nimmt ihm ab die Igelfrau die feilen Früchte, rund und blau, und legt sie in die tiefen Töpfe, zumal auch für die kleinen Tröpfe, und stellt die Töpfe an die Wand und spricht mit hocherhobener Hand, Dies für den Winter, wenn es friert. Heute wird noch Heuschreck schnabuliert.